Da hat es Leute gegeben, die sind alleine, alleine, die sind alleine, mit dem Auto gefahren und haben eine Maske drauf. Da habe ich mir schauen und denke, was ist das, was ist das, ist dieser Datsche ein Vorrat, der aus großen Gründen und Luft füllt ins Gesicht? Das ist der Liefsteck, der blöde Wind heilern sie pferd, der blöde Wind heilern sie pferd, das war ein Esel.